Hallo, hallo, hallo. So, einmal eben checken, ob alles in Ordnung ist. Ähm. Test. Jo, läuft. Super. Okay. Alle sind am Schleichen. Äh, Schneichchen. Super. So. So. Ähm. Oh. Ups. So. Gestern haben wir festgestellt, ich brauche noch einen Apfel. Also werden wir das mal machen. Irgendwie versuchen, noch einen Apfel zu kriegen. Okay. Vielleicht liegt hier irgendwo einer rum. Hm. Okay. So. Tagsüber. So. besser laufen können. So. Oh, wir könnten mal nochmal hoch zur Mine laufen und da nochmal gucken. Das wäre noch eine Idee. Ja. Na, was geht? Ich versuche jetzt einen Apfel zu finden. Ich muss ein Fest mal zusammenstellen und mir fehlt ein Apfel. Und es ist bei euch auch so warm. Ja, ich bin leider erst vor einer Viertelstunde von der Arbeit gekommen. Deswegen hatte ich noch keine Schocks, wenn ich mir mal heute Abend angucken. Und, danke schön. Hab heute endlich geschafft, mein Video. Genau, hatte ich ja gerade beantwortet. Okay. Ja, die Hitze hier ist unbeschreiblich ekelhaft. Leider. Aber das Gute ist, meine Wohnung hält die Temperatur ganz gut. Kelle for the win. Ja. Bei mir ist es zwar kein Keller, aber ähm ich hab so 40, 50, 60 cm dicke Wände. Das hält echt gut. Außer die Wände sind irgendwann aufgeheizt, dann hast du echt ein Problem. Aber jetzt aktuell sind es, glaube ich, 20 Grad in meiner Wohnung. Also übelst angenehm. Äh. Okay. Äh. Ja. Ähm. Nicht unbedingt Panzerbau, sondern eher Zwiebelbau. Das hier war mal in den äh. Oh. 19... Äh, nee. 1890 war das hier ne Industriegebäude, Schmiedegebäude. Dann war das ein offenes Lager. Und dann haben sie da draußen eine Wohnung gemacht und haben ähm die Wände isoliert. Also haben sie noch mal Klinker um die Wackersteine drumherum gebaut. Und dann wurde es noch mal äh in den Nullerjahren noch mal mit Klinker verschallt. Also doppelt Klinker und in der Mitte Wackerstein. Also sind das jetzt übelst dicken Wände. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Ja. Okay, bei mir sind in der gesamten Wohnung 21 Grad. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Geht aber schlimmer. Hm. Als es mal mehrere Tage so warm oder mehrere Wochen so warm war, hatte ich hier irgendwann einmal 28 Grad in der Wohnung. Äh, das war echt uncool. Da hab ich dann, ähm, die Klimaanlage angemacht. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Eine Wandeimeter dick hatten wir auch schon. Ja, ey. Ähm. Das ist übel. Und Moin Peanut. Äh, bei mir ist alles rot, deswegen hab ich es gerade nicht erkannt aus Augenwinkel. Ähm. Ja, aber Klimaanlage vor den Wänden. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Ach, hättest du nicht machen müssen. Und wie geht's dir? Völlig am überhitzen? Wie irgendwie gefühlt alle? Und morgen soll's noch schlimmer werden. Oh, sorry. Das Beste war aber heute eben mit dem Motorrad noch mal eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren und einmal abgekühlt. wird. Ja, ich kann das werden. Ich kann nicht bin nicht Oh fuck, mein Büro ist Dachgeschoss und da ballert die ganze Zeit die Sonne drauf. Ah, geil. Unter unserem Büro ist, also bei mir auf der Arbeit, ist eine Wäscherei mit einer Heißmangel und die haben zwischendurch mal so Anfälle und machen bei 30 Grad Außentemperatur die Heißmangel an und mangeln Bettdecken. Keine Ahnung, was die da mangeln. Aber alter Schwede, du fällst um. Bei uns im Büro ist dann eine Hitze und Luftfeuchtigkeit, das ist so ekelhaft. Motorrad könnte ich auch wieder fahren und rip. Ja, also Motorrad war wirklich entspannt, da bist du nochmal so richtig geil runtergekühlt. Aber ich konnte leider nur kurz fahren, weil ich nach Hause musste. Aber was besseres ging heute gar nicht und es waren so viele Leute mit dem Motorrad unterwegs, das war richtig geil. Ich habe eine, oh Gott, Suzuki Bandit 1200 GSF. Baujahr 96? Und das geilste überhaupt, der Vorbesitzer hat eine Griffheizung angebracht. Alter, ist das irgendwie dumm, aber auch geil. Du schaltest die vorheizen, lässt die vorheizen auf deine angenehme Temperatur, sodass du die durch die Handschuhe durchspürst. Und dann schaltest du die auf on und dann bleibt das so warm und dann sind die, das ist an sich so dumm, aber so geil. Nice. Ja, was ich, ich bin sonst nur auf 125er Chopper gefahren und dann habe ich mir die jetzt gekauft. Und jetzt bei dem Wetter, beste Idee überhaupt. F650 GSR 13, Baujahr 2004. Dann muss man, oh, Mist. BJ2004. Ist das, das hat so ein bisschen was von einer Krosser, oder? Enduro, genau. Wo haben wir denn, hier haben wir Bilder. Ja. Das ist meine. Die ist richtig nice. Jo. Aber, ähm, was für ein krasser Unterschied das ist, äh, und wie hardcore man sich umgewöhnen muss, ähm, bei der 125er, die ich gefahren bin, mit meiner Körpergröße, Statur und Gewicht, äh, hast du die Gashahn halt voll durchgezogen, damit du mit Mops-Geschwindigkeit nach vorne gefahren bist, so, keine Ahnung, lass mich lügen. Du hattest eine Beschleunigung von 5 kmh oder so, also von 0 auf 100 in einer Dreiviertelstunde. Ähm, ja. Und jetzt mit der, beim Anfahren fahre ich nie schneller als mit noch nicht mal ein Viertelumdrehung. Also, äh, hier, den Gashahn, weil, das ist, äh, ich hab, äh, unabsichtliche Wheelies gemacht, weil ich zu viel Gas gegeben hab. Also, das, das war echt, oh, da ist meine Pumpe bis zum Gehtnichtmehr gegangen. Bin auch 125er gefahren, ne, Suzuki DR. Äh, 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 so, was ist eine? Ah, auch eine Enduro. Ja, die haben wenigstens noch ein bisschen unterschwelligen Stoff. Ich bin eine, Kawasaki. Moment. So eine bin ich gefahren. Aber das ist noch die große. Ich hab die kleine davon gefahren. Eine 125er. Obwohl, das ist die 125er. Ja. Das war nicht feierlich. Die hatte auch... Äh, äh, 11 PS oder 13 irgendwie sowas und, ähm... Wenn ich mich aufgerichtet hab, hat die 10 kmh Topspeed verloren. Also, so eine war das. Das Schlimmste war mit der 125er zur Fahrstuhle, Schule und dann auf... Ja, same hier. Oder du hast diesen Rausch der Geschwindigkeit, weil du von 0 auf 100 in... 10, 20 Sekunden bist, ne? Und, äh, dann fährst du die 125er. Und dann wieder so, mmh... Alles so langsam. Ja, auf jeden... Ja. Das, äh, 100%. Und vor allem halt, äh, da hast du dich einmal aufgerichtet, dann hat die total die Geschwindigkeit verloren und solche Scherze. Aber was ich auch sagen kann, ist, ähm... Bei dem Wetter mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem E-Bike, ist auch geil. Ha, muss ich einmal gucken. Ähm... Macht Spaß, aber nie wieder. Oh... Es kann sein, dass ich vielleicht gleich weg muss. Kleinen Moment. Ich hab ne Nachricht von der Arbeit bekommen. Ja. 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 Ich hab neк- Okay. Ja, wir haben heute eine Netzabschaltung. Und... Ja. Ja, eigentlich sollte alles laufen, aber... Der Kollege schrieb gerade, läuft nix. Und das wäre sehr problematisch. Zeiss man doch nicht, wie er das angestellt hat. No Apple. Dann musst du... Lass uns handeln. Okay, das hat nicht geklappt. Also, ähm... Mein Problem mit, äh... So Supersportlern... Ich hab das Gefühl, dass ich irgendwann... Krämpfe in der Hüfte bekomme, oder so. Und... Oder auch in den Oberschenkeln. Und ich kann da drauf nicht sitzen. Das ist... Übelst unangenehm auf Dauer, irgendwann. Wann ich besonders schau? Ich dachte, das wäre schon angegeklärt. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komme ich nicht zum... Aber war's für dich? Muss nicht gleich jeder wissen. Okay. Ja, ich würde mich totfahren, weil ich auch gerne mal schnell fahre, kann ich nachvollziehen Auf jeden Fall Und man wird zu unvorsichtig, kann ich auch hundertprozentig unterschreiben Ich muss mich da kontrollieren Ich habe zwar echt gerne Spaß, mal eben mit der Beschleunigung hochzugehen und so weiter Aber wie schnell du im zweiten Gang auf 80 bist, das ist nicht mehr feierlich Und da, ja, das finde ich dann so ein bisschen hart gefährlich Da muss ich eben auch passen, was man umherzählt Da kann man sich nicht drauf verlassen Lass uns lieber über was anderes reden Das habe ich noch gar nicht gewusst Oh Oh, der hat nichts, aber das ist ein Kurzbogen Ich suche, ich kann dir keine Okay Butsch Hi, wer bist du? Das geht dich ein Dreck an Deine Fresse gefällt mir nicht Mal sehen, wir Netter kam Beim nächsten Mal bringe ich dich um Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte Manu Hey du Was kam drauf? Okay Ich bin mal eben offline Vielleicht komme ich nachher wieder online Ich muss jetzt dringend in die Firma fahren Tut mir leid für die Umstände Ich glaube, das wird kein Spaß Wir sehen uns gleich wieder Also bis gleich Vielleicht, hoffe ich Bis gleich